Werner Paul Biskup war ein deutscher Fußballspieler und Trainer. Leben Biskup begann seine Fußballkarriere als Abwehrspieler beim heimischen VfB Bottrop. Er wechselte zunächst in die damalige Oberliga West zu Bayern 04 Leverkusen und zur Saison 1965-66 zum Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf, mit dem ihm bereits in seiner ersten Saison der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Nach zwei weiteren Jahren für Düsseldorf G1 in der Bundesliga und in der Regionalliga wechselte er 1968 zum damaligen DFB-Pokalsieger 1. FC Köln. Dort wurde er auf Anhieb Stammspieler. Mit dem 1. FC Köln erreichte er trotz einer außergewöhnlich schwachen Meisterschaftsrunde im Europapokal der Pokalsieger das Halbfinale gegen den FC Barcelona. In den beiden folgenden Spielzeiten bis 1971 verlor Biskup mit dem 1. FC Köln jeweils das DFB-Pokalfinale. In der Saison 1970-71 schied das Team im Messepokal erst im Halbfinale gegen Juventus Turin aus. Nach einem weiteren Bundesliga-Jahr für den FC ging er 1972 zum FC Lüttich. Im belgischen Lüttich wechselte Biskup in die Trainerposition. 1976 kehrte er nach Deutschland zurück zum damaligen Zweitligisten Preußen Münster. Mehrfach verpasste er mit der Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp. 1980 wechselte er zum Konkurrenten der 2. Bundesliga Nord, dem VfL Osnabrück, der mit ihm den Sprung in die nun eingleisige 2. Bundesliga schaffte. Sein vorheriger Klub hingegen musste absteigen. Er wechselte noch einmal innerhalb der Liga zu Bayer-Uerding. Nach internen Schwierigkeiten schloss er sich Hannover 96 an. Den Verein rettete er 1984 zunächst vor dem Abstieg in die 3. Liga und führte ihn im Jahr darauf völlig überraschend zum Aufstieg in die 1. Bundesliga. In der Zeit seines größten Erfolges ereilten ihn jedoch persönliche Rückschläge. Seine Alkoholkrankheit veranlasste den Verein dazu, sich von ihrem erfolgreichen Trainer zu trennen. Auch seine nächsten Trainerstationen beim SV Arminia Hannover bei Trapsen-Spor und KSV Hessen-Kassel standen unter dem Einfluss seiner Krankheit. 1992 absolvierte er eine Entzugstherapie, anschließend gelang ihm die Rückkehr als Trainer beim Fußballverband Mittelrhein. Er war nach eigenem Bekund es trocken und hatte mit dem Alkohol angeblich längst abgeschlossen. Nach dem Abstieg 1993 aus der 2. Bundesliga engagierte der VfL Osnabrück erneut Biskup als Trainer. Im ersten Jahr seiner Rückkehr verpasste er die Rückkehr ins Profigeschäft nur knapp. Doch bereits während der nächsten Saison holte ihn seine Krankheit wieder ein und Biskup wurde zu Beginn des Jahres 1995 entlassen. Nach Jahren ohne Beschäftigung übernahm er den VfL Köthen, den er in die Landesliga führte. Im Jahr 2000 wechselte er in die Oberliga zum BV Kloppenburg und im Anschluss daran in die Kreisliga Osnabrück statt zum SC Lüstring, mit dem er in der Saison 2002-03 abstieg. Biskup lebte zuletzt in Kloppenburg und war dort seit November 2005 Trainer beim SC Sternbusch, der in der Saison 2006-07 überraschend als Meister in die Kreisliga Kloppenburg aufstieg. In der Saison 2007-08 wurde der SC Sternbusch unter seiner Führung vierter und zog in das Kreispokalfinale ein. Im März 2009 verließ er den SC Sternbusch und arbeitete als Spielerscout im Bereich Niedersachsen für den 1. FC Köln. Am 20. März 2012 wurde Biskup erneut als Trainer der 1. Herrenmannschaft des SC Sternbusch verpflichtet. Zu seinem ehemaligen Verein Hannover 96 hatte er noch gute Kontakte. Im März 2008 war er an Aufnahmen zum Hörbuch Gustav Vohr noch ein Tor als Gastsprecher neben Robert Enke engagiert. Werner Biskup verstarb 2014 im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus in Quakenbrück an den Folgen eines Hirnschlages. Zitate von Biskup. Erfolge 1970 DFB-Pokalfinale 1971 DFB-Pokalfinale Gemeinsam 2018 Österreich Untertitelung des hat Scrip Moments FreCH